Herzlich Willkommen zu diesem Video. Ich freue mich, dass du wieder da bist und ich möchte heute mit dir über das Trichterprinzip sprechen. Kennst du das Trichterprinzip? Das ist so ein leidiges Thema im Verkauf. Das hat schon echt so einen Bart, weil der Chef sagt, Junge, du musst wissen, welche Zahlen du hier oben reinkippen musst, damit du welches Ergebnis hier unten rausbekommst. Wenn es dir auch so geht, dass du das nicht mehr hören kannst und dass du dir denkst, Mensch, ich war in Mathe nicht so gut, deswegen bin ich Verkäufer geworden, dann solltest du unbedingt dranbleiben, weil ich glaube, ich habe eine ganz coole Idee, wie wir das Ganze mit Spaß einsetzen können und wie du dann auch noch dein Gehalt selber bestimmst. Das wird cool. Also du kennst das Trichterprinzip. Du musst hier oben ganz, ganz viel reinkippen, damit unten wenig rauskommt. So läuft das auch im Vertrieb und im Verkauf. Du kannst hier oben mit Empfehlungen arbeiten. Du machst Empfehlungsmarketing. Du gehst auf Messen, Kongresse, wo deine Kunden da sind, deine Zielkunden da sind. Du machst telefonische Kaltaktquise, du machst Außendienst, Huckepack-Marketing etc., PP, Online-Marketing, E-Mail-Marketing. Also tausend Sachen, die du da machen kannst und die kippst du alle da oben rein, damit du unten ein Ergebnis rausbekommst. Und dein Chef fordert das von dir. Der möchte die Zahlen sehen. Der möchte wissen, okay, was kippst du da oben rein, damit was unten rauskommt, damit wir profitabel sind. So weit, so gut. Gut, jetzt erlebe ich das immer wieder im Training und ich glaube, das kennst du auch. Dafür bist du nicht im Vertrieb. Du arbeitest mit Menschen, du willst verkaufen. Und jetzt sollst du immer wieder diese Zahlen präsentieren und das ist so ein Thema, das wird echt abgeblockt. Und wir wollen jetzt einmal gemeinsam schauen, wie das in der Praxis funktioniert und gelebt wird. Und dann habe ich, wie gesagt, glaube ich, eine ganz coole Idee, wie du das mal ein bisschen anders betrachten kannst. Also, der Einfachheit halber gehen wir mal davon aus, du hast eine Liste mit potenziellen Kunden, die rufst du an, um einen Termin zu bekommen und im Termin verkaufst du. Punkt. Ganz einfaches Beispiel. Und jetzt hast du einen kompletten Tag Zeit, um zu telefonieren. Und wir gehen mal davon aus, dass du an einem Tag 50 Nummern wählen kannst. Also du schaffst es, 50 Mal dein Telefon zu bedienen und eine Nummer einzugeben. Jetzt weißt du natürlich, dass du nicht immer jemanden erreichst. Das heißt, geh mal mal wirklich von einem schlechten Fall aus. Du bist in einer Branche unterwegs, wo die Ansprechpartner, die Entscheider relativ schwer zu kriegen sind. Jetzt erreichst du nur 10. Nur mal 10 Leute erreichst du. Und mit diesen 10 kannst du auch wirklich ein Verkaufsgespräch führen. So, wir unterscheiden hier, oder unterscheiden viel besser, einmal in Brutto-Calls und einmal in Netto-Calls. Weil hier bei diesen Bruttos sind ja auch Assistenten, Assistentinnen dabei, Mailbox, Anrufbeantworter, Besetzt etc. pp. Anrufe, die einfach ins Leere laufen. Bei den Netto-Kontakten, da solltest du wirklich einen Entscheider am Telefon haben, mit dem du sprechen kannst, wann ihr euch zusammensetzt. Also, wo du wirklich aktiv in die Terminvereinbarung reingehst. Soweit, so gut. Wir kennen uns jetzt vielleicht noch nicht persönlich, aber du bist im Mittelfeld unterwegs und du schaffst es, bei 10 Entscheidern, die du am Telefon hast, 5 Termine zu vereinbaren. Also, 5 Mal machst du wirklich einen Termin, dass du sagst, okay, ich brauche eine Stunde und dann wissen sie Bescheid und können eine Entscheidung treffen. Auch natürlich ein bisschen ausbaufähig, aber ist ja schon mal ganz gut. Gut. Und jetzt bist du abschlussstark. Du bist abschlussstark und machst aus 5 Terminen 3 Abschlüsse. Aus 5 Terminen machst du 3 Abschlüsse. Das ist, keine Ahnung, irgendwie 60%. Das ist gut. Und du kriegst pro Abschluss von deinem Unternehmen, keine Ahnung, Provisionen 250 Euro. Das Ganze müssen wir jetzt natürlich mal 3 nehmen. Ergibt nach Adam Riesling 750 Euro. Herzlichen Glückwunsch, die Provision deines Lebens. Oder auch nicht. So wird es im Vertrieb gelebt. Brutto, Netto, Termine, Abschlüsse. Und was bedeutet das an Kohle? Jetzt ist es doch aber wirklich interessant mal zu sagen, ich arbeite im Verkauf, ich liebe meine Produkte, meine Dienstleistungen, den Service. Und ich bin auch echt ein cooler Verkäufer. Ich habe was drauf. Die Leute mögen mich einfach. Ich bin ein guter Verkäufer und ich möchte nicht 750 Euro mit 3 Abschlüssen verdienen, sondern ich möchte abgesehen vom Fixum 7500 Euro. 7500 Euro, das ist dein Ziel. Das möchtest du monatlich an Provisionen verdienen. Also ich denke mal wahrscheinlich für die meisten ein Ziel, wo man morgens aufsteht und denkt, cool, komm, lass mal zum Kunden fahren, weil wenn ich mein Ziel erreiche, dann lohnt sich das. Dann haben wir alle was davon. Dann haben wir ein cooles Leben. Immer dran denken, mehr Umsatz, mehr Zeit, mehr Leben. 7500 Euro bedeuten aber auch, du musst das Ganze mal 10, 30 Abschlüsse haben. Und damit du, du merkst schon, wir rechnen jetzt in die andere Richtung, damit du auf 30 Abschlüsse pro Monat kommst, musst du dann dementsprechend 50 Termine bei deinen Kunden, bei deinen potenziellen Kunden vereinbaren. Du musst 50 Mal an den Tisch, um 30 Mal zu verkaufen. Jetzt weißt du, um 50 Mal an den Tisch zu kommen, muss ich 100 Entscheider erreichen. 100 Entscheider, also 100 Nettos. Und dann weißt du ja auch, relativ schwere Erreichbarkeit musst du dich hinsetzen und 500 Mal eine Nummer wählen, damit du diese 100 Leute erreichst. So, wenn du dir das jetzt mal anschaust, so rein vom Bauchgefühl her, was ist für dich schöner vom Rechenweg her? Du kennst das aus der Mathe-Stunde von früher, der Rechenweg ist ja manchmal, der Entscheidende. Beantworte die Frage für dich selbst. Ich finde es extrem cool zu sagen, das ist das, was ich gerne hätte. Dafür stehe ich morgens auf. Da kann ich mit meiner Familie echt coole Urlaube, Wochenenden oder schöne Abende verbringen. Da kann ich für meine Kinder was weglegen. Da kann ich mir vielleicht auch mal ein größeres Auto kaufen. Da kann ich vielleicht auch mal mir eine teure Uhr leisten. Ich weiß es nicht, was ihr haben wollt. Für manchmal gibt es auch einfach nur einen geilen Sparplan, der dich für die spätere Rente, die du ja sowieso nicht bekommst, absichert. Was auch immer. Es gibt ja verschiedene Motive. Aber hab doch diese Motive. Hab am besten irgendwie ein Vision Board, wo du das aufmalst oder wo du dir das ausdruckst, wo du dir das zusammenstellst. Das hängst du an die Tür. Jeden Tag, wenn du rausgehst, siehst du das. Jeden Tag, wenn du nach Hause kommst, siehst du das. Du bist immer wieder daran erinnert und du brauchst diese 7.500 Euro dafür, um das alles zu erreichen. Jetzt ist doch die Motivation eine ganz andere. Gehen wir mal davon aus, du hast 20 Tage. Ein durchschnittlicher Monat hat 20 Tage. Und 16 davon verbringst du im Außendienst. Und 4 verbringst du im Innendienst. Homeoffice, bei dir im Büro, im Unternehmen, in der Firma, weiß der Geier. Aber 16 Mal fährst du da draußen rum. Das heißt, du bist bei 3,1 irgendwas Termin. Also sagen wir mal gut 3 Termine am Tag. Vielleicht hast du mal einen Tag dabei mit 4 oder 5. Vielleicht auch mal einen mit 2. In der Mitte liegt die Wahrheit. 16 Außendiensttage, um 50 Termine zu fahren, ist möglich. Und du machst dich da nicht wirklich, also du bist da schon high level. Aber du weißt ja auch, warum du 50 Termine anfährst, weil du willst ja das erreichen. Okay, und an den 4 Innendiensttagen wirst du dann nur diese 50 machen, wenn du weißt, du brauchst ja eigentlich insgesamt 500 durch 4, 125. Wenn du in der Branche unterwegs bist, wo die Entscheider relativ schwierig ans Telefon zu kriegen sind, dann machst du tendenziell viel mehr als 50. Weil das geht ganz schnell. Du schaffst 30 in der Stunde. Du kannst manchmal besetzt Sekretärin Mailbox 30 in der Stunde eben mal wegfrühstücken. Das geht ganz schnell, dass du auf diese 500 kommst. Und wie gesagt, wenn du dein Ziel hast, gehe ich fest davon aus, dann macht es dir einfach auch Spaß, darauf hinzuarbeiten. Und wenn du jetzt sagst, Robert, du bist ja völlig bescheuert, ich wähle da nicht 125 Mal am Tag das Telefon, ja dann nimm halt ein kleineres Ziel. Also 7.500 Euro plus ein Fixum von 2.000 bis 3.000 Euro, das ist ja schon echt ein richtig, richtig, richtig gutes Einkommen. Wenn du sagst, 4.500 Euro Provision, dann hast du natürlich auch weniger Termine, weniger Anrufe oder du hast ein komplett anderes Provisionsmodell. Aber beschäftige dich mal mit dem Thema und sattel mal das Pferd von unten auf. Sagt man das? Keine Ahnung. Aber betrachte es einfach mal anders. Sag nicht, okay, das muss ich reinkippen, damit das rauskommt, sondern sag einfach, ich möchte gern das haben, das bewegt mich, dafür bewege ich mich. Ich möchte dich motivieren, bewegen und jetzt rechne das Ganze mal hoch. Rechne es einfach mal hoch, weil dann kannst du dein Gehalt selbst bestimmen. Ich finde das total cool. Meine Teilnehmer finden das cool. Ich hoffe, du kannst damit auch was anfangen. Du bestimmst ab sofort dein Gehalt selber und du weißt jeden Morgen, wofür du aufstehst. In diesem Sinne, hau rein, gib alles, erreich deine Träume, deine Ziele und denk immer dran, mehr Umsatz bedeutet mehr Zeit. Mehr Zeit bedeutet mehr Leben, die du wie auch immer nutzen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wenn dir das gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen da, sag mir, was dich bewegt, was du noch haben möchtest, wie dir das gefallen hat, schreib es in die Kommentare. Ich freue mich wirklich über jeden Kommentar. Und wenn du up to date sein möchtest, dann abonniere bitte auf jeden Fall den Kanal. In diesem Sinne, adios. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.